von nun an gibt es nun an und damit ein herzliches willkommen zu einem weiteren video von mir und mit dabei ist auch der trajidashi hallo danke hi hallo wie gehts dir genau leute wissen die mich diesmal wieder wo sind wir denn heute genau leute wir sehen mich hier wieder bei enderjump und zwar oh mein gott ich habe die gelben lucky blocks drin so leute die blauen lucky blocks sind jetzt dabei ich habe mal kurz gezaubert date du hast hingeguckt oder hast gesehen den zaubertrick die blauen sind jetzt nicht die gelben nicht ich mache es nicht nochmal sonst fällt es doch auf dass ich hier zauber genau leute also die blauen lucky blocks sind hier natürlich mit dabei fliegt jetzt runter nein ich habe eine enderperle oh sie kommt nicht an ich hatte so schön geworfen genau leute wir brauchen diesmal wieder das enderjump battle sag ich mal ich bin hier gespawnt oh leute ich bin nicht hier gespawnt wir machen nämlich das enderjump battle und zwar sieht es nämlich so so aus dass wir so quasi eine kleine reihe haben und zwar ich habe hier die rosanen und der date hat die gelben glas schlöcke oder gelben genau und wir müssen jetzt halt immer mit den enderperlen hin und her tippen also da mal hin dann hier unten hin dann da unten hin und so bis ganz nach hinten also natürlich auch die lucky blocks abbauen und bis ganz nach hinten und wer zuerst beim ziel ist der gewinnt dieses enderjump battle wenn ihr das öfters sehen wollt also sowas oder diese map hier dann lasst auf jeden fall ein like dabei ich habe auf jeden fall in der nächsten zeit bock auf so kleine lucky blocks minigames so also wir können uns natürlich auch noch mit mehr spieler machen also die eins zwei drei vier fünf spieler gibt es hier also können wir auch mal zu fünft machen wenn ihr es wollt also lasst auf jeden fall ein like da wie bitte du kannst zählen ich kann zählen ja richtig es war mir auch war mir auch neu eigentlich genau leute also das können wir auch zu können wir auch natürlich mit mehreren personen machen also dass auf jeden fall gleich jetzt sagen wir zahlen gleich gibt es direkt die nächste folge von enderjump battle aber jetzt geht erst mal los bist du bereit also ich muss gucken ob mein spawnpott stimmt wenn man ein spawnpott hierhin so stimmt so wie beim lokal stimmt so leute stimmt so ok 3 2 1 ab geht die pause los geht's ok hier muss man die enderwerf skills beweisen das ist kein mir natürlich nicht vorhanden läuft bei mir nein nicht op gold äpfel oh nein geil alter bitte nicht man abflug weil die sache ist die leute hier muss doch natürlich richtig schnell regenerieren weil man bekommt ja herzen abbezogen jawohl alles klar das finde ich gut und jetzt bin ich hier vorne ich bin ich gestorben alter gönn dir das nur echt lol ja das tnt das war natürlich ordentlich hier ok leute ich muss jetzt mal ein bisschen regenerieren weil hier kriegt man ja zweieinhalb herzen ne zweieinhalb herzen kriegt man abgesucht wenn man eine enderperne schmeißt na du fliegst die ganze Zeit runter schaffst es nicht mann komm date sie kommt wieder nicht lol hier ist alles explodiert gell bei dir sie kann gar nicht ankommen weil hier alles explodiert ist date ne ich will die da hinten hinwerfen auf die nächste schon ja dir kommt gar nichts kommt niemand oh god oh god hahaha er fällt runter und ich geh weiter hier ich geh weiter leute oh mein gott nein oh god nein blazes eins weiter oh mein gott leute nein ja das dach bloß hergott 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 nein 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 abzug ok leute abzug die kommt anders so komm ich da hin ich komme nicht da hin aber jetzt komm ich hin die hab ich verworfen jetzt komm ich da hin jetzt komm ich hin ich bin gut am weh oh nein ich bin gut am start hier nein ich komm sie rüber oh god jetzt komm jetzt hier ein place ist bei mir ok nein die ist rüber nein die kam auf die nächste insel schweiß geh weg was war das denn gerade oh nein oh ne weg ja nein oh das ist doch nicht mein ernst ich habe es nicht geschafft ich war so irritiert von den blazes ja dass ich es nicht geschafft habe ok leute es ist auf jeden fall richtig spannend hier und es ist natürlich auch wieder hier mit der shader dabei hier machen wir am ende ein battle muss auch sein ja am ende machen wir noch ein battle also bleibt auf jeden fall bis zum ende dran weil ich mach mal difficulty 0 oh da sind noch Kisten nein die shaders sind natürlich mit dabei mit dabei hier weil ich habe ja meinen neuen pc am start und so habe ich ja in dem heutigen video auch beredet also ähm 12.30 kam das erste video heute ähm in der folge christmas tales da habe ich über das facecam thema gesprochen also da müsst ihr auf jeden fall vorbeischauen und da habe ich nämlich auch mit shaders und so weil der neue pc ist ja jetzt lange schon da Alter hör auf oh Gott bitte nicht hör auf mich hör auf mich hör auf mich hör auf hör auf und ähm oh Gott jawoll Äpfel und äh in der nächsten Zeit wird ja auch mein pc vorgestellt und so weiter also mein pc äh stell dich ein bisschen vor oh Gott ich kann schon weiter du findest keinen Ausweg wie Drogen ja oh was ist das denn dann sind das etwa die drei letzten Lucky Blocks nein das sind sie nicht 1 es ist bitte nicht es kann doch nicht am Ende sein hier 2 einschießskelett erschießt mich tot was du bist schon am Ende und 3 nein und dich abwogen endlich bitte nicht du bist nicht am Ende oder ne hab dich nur verarscht haha ja ja ey ich bin eben gerade gestorben du Arsch echt ja ah weil nein ein Kulo öäm ''Üüüüüuu der Deischen Ta-n m muk wel Tadatn Ak assessments 180 ёл alles klar Leute jetzt wissen wir unter Bescheid was er hat er hat nämlich dieses Scheißenkulu gedarptoet man okay Leute was nein schreiß Ak gedaan richtig genau der Deisch hat die erste Runde gewonnen aber jetzt kommt das battle noch das entscheidet alles ok ich hab keine Rüstung auf dieser strecke ich hab auch keine Rüstung doch ach doch was ist denn blöd der Junge wir machen jetzt hier auf dieser Strecke hier ok du kannst mich runter stoßen theoretisch ok warte wir machen das hier fertig ok Leute also das Battle gibt es noch und in den nächsten Tagen gibt es auch ein PC Vorstellungsvideo sowie von meinem Gaming Notebook das steht nämlich hier gerade mal 2 Meter neben mir das habe ich noch nicht mal ausgepackt das packe ich dann in dem Video aus und schließe es dann an und so weiter ich würde den Rechner dafür wegschmeißen oh ja das ist auf jeden Fall richtig nice und für die Reisevideos wird es ja dann die ich nächstes Jahr machen will was ich auch in dem Video angesprochen habe ist natürlich auch richtig nice deswegen du redest zu viel wird es auch auf jeden Fall in der nächsten Zeit vorgestellt aber jetzt kommt das Battle ok 3 2 1 los geht's er hat noch P und Apfel oh nein Gott ah so gut was ist doch nicht mein kann ich sein ernst sein oh Gott hi guck guck du willst mich nie finden ok hast recht ich komm lieber mal rum oh du hast den OP und Apfel drin gehabt oder ja oh da kann ich dich ja nicht immer besiegen wenn ich ja nicht gute Rüstung habe du hast Gold Rüstung wo ist das Gold ja aber ich kann dich trotzdem nicht killen weil ich oh Gott oh ja kann ich mich auch nicht killen ok Leute also die erste Runde hat der Dage gewonnen ich würde sagen komm wir machen noch eine Runde oder oh danke sehr danke mein Kumpel wir machen noch eine Runde und zwar nehme ich das ganz links und du mittel links ok ach so die letzte Runde hier die nächste Runde hier wir setzen alles auf eine Kappe ok ich muss das ganz außen nehmen oder ne das hier ne das hier wir setzen alles auf eine Kappe und zwar der das gewinnt hier ähm gewinnt die ganze Runde ok bist du damit einverstanden ok 3,2,1 warte ich muss meine Sachen erstmal wegwerfen ach so ja stimmt ja muss ich eigentlich auch noch so ich herf jetzt erstmal die Sachen hier weg ähm so so und das ok Leute jetzt geht es los bist du bereit für das Vettel der Exner Klasse warte ich brauche eure Enderperls oh das könnt ihr sich enderperlen also Leute wenn ihr öfters was von Enderperl Jump sehen wollt äh da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und äh was ihr auch mal machen könnt ist so kleine ähm äh Lucky Blocks Minigames wenn ihr solche Minigames kennt solche Minigames Maps oder uns eigene baut oder irgendwie Ideen habt für welche könnt ihr auch mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben äh damit wir die auch mal benutzen können beziehungsweise auch mal spielen können und wichtig ist ihr müsst wenn ihr eine eigene gebaut habt ja äh in die Kommentare schreiben wenn ihr das hier eine gebaut habt am besten mit Download Link genau das wäre auf jeden Fall fresh von euch und auch besser mit so einem kleinen Vorstellungsvideo wo ihr das ganze noch vorstellt genau also das würden wir auf jeden Fall dann auch spielen wenn ihr sowas baut und äh Bock drauf da natürlich auch Bock drauf habt würden wir auf jeden Fall spielen dann ok jetzt gehts aber los hier 3 2 1 und los gehts ok jetzt werde ich mal richtig durchdrehen hier erste ich werde nicht sterben zweite ok ich bin auch beim zweiten direkt ich häng natürlich ab oh ich hab ne Betty bekommen bitte ne ordentliche Betty hab ich bekommen Puppies oh nein ok Gott Äpfel hä ich bin falsch gespawnt ein Hacker ist hier um äh hat er um sich geschlagen ich bin's ich bin's Spongebob he hi ich bin's Spongebob hehehehe was das war eher Peter Griffin aber Kopf hoch hä ja von mir ich sporn irgendwie Peter Griffin Peter Griffin ne ich hab das grad gemacht so ok jetzt aber Peter Griffin denn ich hab mich an den Peter vergriffen oh shit ok ich mach mal difficulty 0 und bam ok Leute jetzt gehts aber weiter hier ich muss jetzt noch hier noch ich muss es noch schaffen Alter ich bin schon wieder übel weit hier ist schon wieder die Kiste bitte nicht ich will nicht dass du immer gewinnst oh nein Leute ich muss schon wieder regenerieren hier gib dir Mühe ich hab nur zwei her ah da hinten bist du siehst du mich ja hi oh du hast schon wieder um Pippe und Äpfel kann das nicht sein nee nein haha 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 ja was ja hä hä ich bin schon wieder falsch gespawnt was ist das denn ich fliege durch den Boden ich fliege auch durch den Boden du auch ja hä das ist voll doof au das ist voll doof ich geh auf die erste Plattform fliege ich das ist voll doof das ist voll doof das ist voll doof ich hab meinen Spitzbocker weggeschwissen nein ja ich fand die auf oh Gott die nicht auf das ist meine wo ist die hab ich nicht auf ich hör mal ne neue hier so haha äh Spitzhackengönnung so so ok und machen wir hier meinen Spawnpoint warte 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 ich hab's vorbeigeworfen schon wieder Nochmal vorbeigeworfen. Jetzt geht's los hier. So. Slash Bomb Point. Bam. Nein, ich fall runter. Mein Leben ist beendet damit. Tschüss. Oh Mann. Oh Gott, Leute. Okay, nee. Mir reicht das jetzt. Genauso wie heute beim KFC. Nee, da hat es mir eigentlich nicht gereicht. Aber Kopf hoch. Wir waren nämlich heute, da war Date natürlich nicht dabei, weil er woanders wohnt. Aber ich war mit Cosim Wolfi, das ist so ein Bilder, und mit einem Real-Life-Kumpel, dem Christian. Da war ich erst auf dem Weihnachtsmarkt in Heidelberg. Date, was machst du? Wie, was mach ich? Nein. Da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt in Heidelberg, da waren wir beim Subways, haben da schon so ein halbes Sandwich gegessen. Und danach sind wir dann noch zum KFC gegangen. Date war eine ordentliche Gönnung. Ja! Alter! Ist das gerade wirklich passiert? Ist das sein Ernst? Es kann doch nicht sein. Hab ich ihn gerade wirklich umgelegt? Oh mein Gott, wie geil. Ich werde nicht kürzen dafür, Mann. Oh nein. Ich fahre runter. Ich hab's geschafft. Leute, ich hab überlebt. Was? Nicht. Was, du nicht. Danke, mein Kumpel, Mann. Ich werde dich holen. Ich werde dich holen, Leute. Also es war auf jeden Fall beim KFC, war es eine ordentliche Gönnung, weil da haben wir uns noch ein Bucket gegönnt. Aber ich würde euch nicht empfehlen, zu KFC zu gehen, weil es ist erstmal ungesund, zweitens ist es Massentierhaltung. Also geht lieber nicht zu KFC. Es ist böse. Weil wir wissen selbst, es ist böse, aber wir machen es immer wieder, deswegen. Macht es nicht. Nein, nein, nein. Okay, aber? Nein, 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 nein. Bist du runter, die Fallen? Nein. Wie geil ist das denn? Jetzt komme ich. Ich schaffe es. Zweieinhalb Herzen. Und jetzt, wenn es drei Herzen sind, pflege ich direkt. Jawohl. Jetzt kommen wir. Ja, ich explodiere einfach. Warum nicht? Im echten Leben explodiert man ja auch einfach. Hi. Hä? Was hast du getan? Du hast heute ein Dings übersehen gehabt. Was? Hinter dir ist ein Lucky Block. Auf Freiloch. Ach, hier. Den baue ich auch ab. Einfach nur. Nein! Mann! Diese E-Wild Ruffield Babys, die sind so böse, Mann. Ich hasse diese. Im echten bekommt ihr auch immer so. Was? Was? Die heißen nicht umsonst Evil Ruffield Babys. Ruffy. Ach, keine Ahnung, wie die heißen. Ich habe Bock auf Waffeln gerade. Evil Waffel Baby. Scheiße, Waffeln einfach. Oh Gott. Okay. Ein Herzen. Lol. Ich komme da nicht hin. Nein. 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 Ich komme da nicht rüber. Nein. Jawohl, der wurde erschlagen. Warte, ich muss mich mal kurz rüberbauen hier mit rosa Glas. Damit ich hier überhaupt erlebe. Überlebe. Oh mein Gott. Aber du überhaupt erlebest. Ja. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir bei Subway waren. Da haben wir uns was gegönnt. Also erst einmal beim Weihnachtsmarkt. Da haben wir gedacht, ja okay. Ähm. Nein. Oh nein. Ja. Nein, das ist nicht passiert. Ich habe dich sogar überholt noch. Komm mal her, Junge. Ah. Du bist gerade ernsthaft eingefallen. Wir wollen direkt auf so ein Einser-Ding fliegen. Ich habe es nicht geschafft. Oh Mann. Also ich wollte auf jeden Fall erst zum Weihnachtsmarkt. Da wollten wir uns was gönnen. Aber haben da nicht, haben das da nicht ganz, äh, haben, da gab es nichts Gutes. Nein. Nein. Ja. Oh ja. Die kommt noch an. Die kommt noch an. Da gab es halt nichts Gutes. Ja. Ja. Jawohl. Oh. Übel geiler Whoop. Ich habe es überlebt. Nein. Immer dieses unabhängige Sperm rettet einen Arzt. Bitte nicht, Mann. Übelgönung. Also bitte fall runter oder so. Nö. Ich habe sogar über Sprung einen. Nein. Oh. Perfekt. Ich stehe wieder hier. Das muss ich verhindern. Das muss ich verhindern. Nein. Nee. Ja. Ah ah. Geschafft. Es muss ich. Nein. Ich kann nur noch zugucken, wie er es schafft. Drei. Nein. Oh zack. Nein. Was? Ja. Ja. Nein. Ich bin mit der Leiche noch voll auf die Druckplatte. Er ist mit der Leiche auf die Druckplatte gefallen. Haha. Ich habe es gewonnen. Du hast es geschafft. Du hast es einfach geschafft. Oh man. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Okay, Leute. Ein Battle gibt es noch zum Abschluss. Komm her. Ich dachte so, nein. Was soll ich tun bei dir? Ein Lockfeuer. Du bist so verreckt. Wir gehen nochmal da zurück. Okay. Und dann. Yo. Also nochmal, um weiter zu erzählen hier. Wir waren erst beim Weihnachtsmarkt. Ja, Leute. Dann gab es aber nichts Gutes. Weil der Weihnachtsmarkt in Heidelberg ist auf jeden Fall richtig nice. Da gibt es dann so, gab es so einen riesigen Weihnachtsbaum und dann so eine, wie heißt das so eine, was sich so dreht, dieses Breakdancer? Nein, nicht Karussell, auch nicht. Breakdancer, aber erst recht nicht. Sondern dieses mit Kerzen, wo sich dann durch das Kerzenlicht dann quasi dreht. Weiß, was ich meine, gell? Ja, ich weiß gerade auch nicht, wie es heißt. Das gab es auf jeden Fall dann in groß, so. Und so. Und da gab es viele Stände und so. Da sind wir immer ein bisschen rumgelaufen und so. War das eine Krippe? Äh, ja, ja. Ja, nee, 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 ich weiß nicht. Das ist nicht so direkt. Also es dreht sich auf jeden Fall dann. Und, ähm, das haben wir auf... Warte, irgendwie habe ich das falsch eingestellt hier. So, ähm, und was soll ich noch sagen? Und dann sind wir zu Subways gegangen und danach dann mit der, äh, mit der Straßenbahn dann zum, zum Cave-Sea gefahren und dann haben wir uns noch ein Bucket-Gönnen. Ist ja auf jeden Fall nice. Die haben noch genug davon. Die haben einfach mal Straßenbahnen, Alter. Das kenn ich ja zum Beispiel gar nicht. Ja, hier bei mir im Dorf natürlich auch nicht. Da gibt's nur einen Bus, der vielleicht einmal pro Stunde fährt. Das machst du keine Rüstung, oder? Einmal pro zwei Stunden. Äh, nee, hab ich leider nicht. Nein, ich falle runter. Jawoll, Leute, ich hab gewonnen. Nein. Äh, also wenn ihr auch öfter mal so Real-Life-Stories sehen wollt, äh, oder hören wollt, wo ich so ein bisschen was erzähle über mich oder über meine Person oder was ich gemacht habe, dann könnt ihr es auch mal reinschreiben und in die Kommentare mal schreiben und mal ein Like da lassen hier für weitere Real-Life-Stories und so. Okay, aber jetzt gibt's erstmal das epische Abschluss-Battle hier. Wer dieses gewinnt, gewinnt alles, okay, Date? Ach so, alles oder nix. Ja, alles oder nix, Date. Are you bereit dafür? Yes, I'm ready for that. Okay, 3, 2, 1, ab geht die Post. Procidate. Lol. Ja, warum nicht? Ah! Ha, ha, ha. Hä? Oh, mein Mut, die Slepper habe ich noch nicht ausgewählt. Macht das schon wieder, oder was? Nein! Nein! Was war so schön von mir? Nein! Yes! Ich glaube, es ist runtergefallen. Nein, bin ich nicht. Oh, das war so gut von mir eigentlich. Hä? Man kriegt im Glas keinen schaden, wenn man drin ist? Geil. Hä? Du Haarschlange, flieg jetzt, flieg jetzt, komm her, komm her, komm her, ich werde dich killen, nein, du hast eine OP-Gott-Apfel drin, du Acht, ich hab schon wieder ein Tadadud-Kohlut, was, hat den Kot getotet, was, okay, flieg jetzt aber erstmal, ordentliche Gönnung, aber runter, oder, oh man, er kann es immer wieder an, Okay, Leute, ich würde einfach mal sagen, das war es von diesem Video hier, mit dem neuen PC, also das zweite Video mit dem neuen PC, schaut auf jeden Fall, heute um 12.30 Uhr kamen schon Christmas Tales, da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen, war eine richtig nice Folge, und da schaut auf jeden Fall vorbei, und schaut auf jeden Fall auch in der Playlist vorbei von lucky.nulland.de, da könnt ihr mal vorbeischauen, schon über 170 Lucky Blocks Videos verlinkt, oh hi, dann schaut auf jeden Fall da vorbei, um nochmal euch die ganzen Lucky Blocks Videos, wenn ihr vielleicht noch ein paar noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall, rein, gibt's echt, ordentlich was zu entdecken, und ihr könnt uns beide natürlich gerne abonnieren, der Dage macht bald einen 40 Stunden Livestream, wenn ihr ihn noch, äh, wenn ihr ihn noch schön abonniert, äh, wenn ihr ihn noch schön abonniert, macht ihr bald einen 40 Stunden Livestream, oh, er wirft noch die Enderpernen, ey, wie nice das aussieht, äh, könnt ihr auf jeden Fall, oh Gott, ich bin runtergefallen, äh, bei 40 Stunden Livestream gibt es bald bei Dage, wenn ihr ihn natürlich schön abonniert, und, äh, teilt das Video auf jeden Fall mal auch mit euren Freunden, die schon immer Lucky Blocks begeistert sein, eigentlich sein müssen, sozusagen, quasi, also, teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden, let's go pick on up, sagts euren, äh, sagts euren, äh, sagts euren Freunden weiter, oder schickt irgendwie das Video weiter bei WhatsApp oder so, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns euren Freunden empfehlt, sozusagen, und schaut auf jeden Fall auch beim Kanal vorbei, für weitere Videos, bei 2000 Likes gibt's jetzt direkt, das nächste, oh mein Gott, bei WhatsApp Likes gibt's direkt das nächste Enderjump Battle, also lass auf jeden Fall einen Lighter, äh, jetzt guck mal her, ah, nee, jetzt reicht's, äh, jetzt reicht's, äh, doch, halt, stopp, hör auf, ich möchte das nicht, ja, irgendwo komm ich schon an, lass es rein, ja, ja, oh mein Gott, wie geil, jetzt werd ich dich noch runterstoßen, einmal noch, oh nein, ja, okay, Leute, also lasst auf jeden Fall Like, bei 2000 Likes gibt's direkt die nächste Folge, und, äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne, ähm, äh, Lucky Blocks, also Minigames mit der Lucky Blocks empfehlen, beziehungsweise selber welche bauen, dann schreibt die auf jeden Fall in die Kommentare mit dem Download-Link, oder mit der Seite, wo es das zu Downloaden gibt, und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns direkt in einem weiteren Video, morgen um 12.30 Uhr, also, ciao, Leute, äh, also es kommen ja immer, die Videos kommen immer um 12.30 Uhr und um 16 Uhr, wenn ihr das noch nicht gewusst habt, bis jetzt, äh, also unter der Woche 12.30 Uhr und, äh, am Wochenende um 9.00 Uhr, не, 9.00 Uhr, 12.30 Uhr, also schaut auf jeden Fall da vorbei, morgen geht's weiter, und dann sehen wir uns in einem weiteren Video, ciao, Leute, yo, lau, 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 ileha. Bom, bom, bom.